Eine wunderschöne Angeschlacht ist gerade aktiv und die möchte ich natürlich gleich nutzen, damit es hier richtig losgehen kann. Und natürlich aber auch schauen, was hat sich alles im Laufe der letzten Tage so ergeben. Ich heiße euch herzlich willkommen zu der weiteren Folge von Star Wars Galaxies of Heroes mit dem Projekt von 0 auf Galaktische Legenden Tag 251. Es ist Mittwoch und das heißt, es gibt ein weiteres Video hier über mein Projektaccount. Und sprich alles, was mit dem Ziel ist, so schnell wie möglich, so schnell wie möglich auf Galaktische Legenden zu kommen. Ich konzentriere mich zwar weiterhin auf Darth Revan und Darth Jedi Revan, aber dennoch werden auch nebenbei bereits die Kandidaten, die ich für die Galaktischen Legenden gefarmt. Und das ist ein Hin und Her. Natürlich bin ich da teilweise in der Grand Rallye nicht so erfolgreich, weil das ja ganz normal ist. Wenn man sich nicht auf die Kandidaten konzentriert, die man dafür auch effektiv braucht. Aber nichtsdestotrotz schaut es sehr, sehr gut aus. Und wir wollen heute natürlich auch wieder eine wunderschöne Angeschlacht machen mit euch gemeinsam. Das soll natürlich auch das Ziel sein. Ich habe heute an diesem Tag so gut wie noch nichts gemacht. Ich habe die Nacht über schlafend verbracht. Und jetzt geht es dann richtig los. Und zwar, wir haben hier ein paar Sachen. Wir haben hier die Angeschlachten. Die Angeschlachten haben sie jetzt wieder geändert. Da muss ich sagen, das finde ich ein bisschen schade. Warum finde ich das schade? Ganz einfach, weil ich der Meinung bin, sie sollten die Zwei-Tages-Frist wieder einhalten. Das ist auch, weil es uns langfristig gesehen mehr bringt. Okay, passt. Weil es uns langfristig gesehen mehr bringt. Uns als Spieler. Moment, ich muss noch schnell was nachkontrollieren. Irgendwas stimmt jetzt. Und zwar, ich habe nämlich ganz vergessen, mir den Event-Kalender anzuschauen. Der kam heute Nacht um 3 Uhr. Das war immer früher mal was so richtig Geiles. Aber jetzt inzwischen zeigt er nicht mehr viel. Deswegen können wir den, weil ja im Endeffekt die ganzen Events, die alle im Reiseführer vorhanden sind. So. Zack. So. Genau. Dann schauen wir uns mal an. Sabine Ren, das weiß inzwischen jeder. Da haben wir, ja, sonst nichts Besonderes. Alles ist genau gleich. Jedes kommt einmal dran. Die Relos kommt wie immer zweimal dran. Die Finalizer kommt auch zweimal dran. In ein paar Tagen ist die Relos wieder dran. Okay. Die Galaktisch-Challenge. Das ist jetzt interessant. Und wir haben, die nächste Flotte ist wieder 5 gegen 5 mit Schiffen. Okay. Am 10. geht der nächste TB los. Wir haben jetzt, jetzt startet ja der nächste TB. Der ist jetzt aktuell. Und am 6. kommt der zweite. Und dann geht es gleich wieder los mit der hellen Seite. Ist klar, ist ganz normal. Daran wird sich nichts ändern. Aber wir haben, aktuell haben wir die Mandalorian. Dann spielen wir die Rebellen. Dann nochmal Mandalorian. Aber die spielen am Anfang gegen Druid. Dann gegen Siss. Takodana. Dann Siss. Mandalorian. First Order. Nochmal Mandalorian. Also die haben hier 1, 2, 3, 4 mal The Mandalorian. Wo es durch die Spiele auf Mandalorian. Also die können sie gerade momentan ziemlich fokussieren. Also da wird noch irgendwas kommen. Da wird noch irgendwas kommen. Das geht gar nicht anders. Weil wenn sie sich so fokussieren auf The Mandalorian. Da muss irgendwas kommen. Und dann noch die Jedi zum Schluss. Und wenn die Mandalorian. Kopfgeldjäger. Imperiale Trooper. Das ist natürlich interessant. Mandalorian gegen Kopfgeldjäger. Das ist interessant. Das ist richtig interessant. Das wird bestimmt lustig werden. Dann haben wir Druiden. Empire. Siss. Jedi. Kopfgeldjäger. Rebellen. Rebellen gegen First Order. Okay. Mandalorian gegen Imperial Trooper. Und die Separatisten. Okay. Ja. Also nichts wirklich Besonderes. Auch nichts Neues. Ja. Was ich aber sagen muss. Sind diese Assault Battles. Die sollten sie wirklich öfters bringen. Da muss ich sagen. Assault Battles. Das sollten sie wirklich öfters bringen. Weil die bringen nämlich wirklich was. So. Ja. Das soll es jetzt erst. Wie gesagt. Das war jetzt der Eventkalender. Wie gesagt. Ich habe heute noch. Ich habe noch nicht reingeschaut. Deswegen habe ich mir gedacht. Jetzt können wir das gleich nebenbei. Miteinander machen. Also. Dann. Ich habe nämlich mal meine Tagesbelohnungen geholt. So. Dann haben wir hier. Moment. Ich muss noch schnell was kontrollieren. Ja. Noch 5 Minuten. 10 Minuten. So. Ich tue nämlich. Äh. Zack. Tank Takedown. Da können wir beitreten. So. Genau. Sind wir dabei. Territorialkrieg. Muss ich auch beitreten. Sonst vergesse ich das wieder. Ja. Nicht vergessen. Auch wenn ich nicht so viel mitmachen kann. Wie meine Gildenkollegen. Deswegen. Aber trotzdem. Inzwischen. Bin ich auch schon etwas aktiver. Meine Flotten. Meine. Meine. Dinger landen nicht nur ganz hinten. Sondern auch mal wo anders. Weil sie halt. Weil ich doch. Aber im Angriff. Tue ich mich noch nicht beteiligen. Weil ich einfach zu schwache Kandidaten. Noch. Habe. Ja. Leider ist es so. Äh. Meine Verteidigung. Werde ich nicht setzen. Aber die ist sowieso momentan. Immer gleich. Also. Was hat sich jetzt im Laufe der Woche getan. So. Einiges. Einiges. Jetzt habt ihr schon einen Blick kurz drauf gefahren. Aber erstmal will ich in die Schiffe. Bei den Schiffen. Schaut es. Leider nicht. Schaut es jetzt momentan nicht anders aus. Ähm. Ich habe den. Dieses Schiff hier. Inzwischen. Auf dem siebten Stern. Wundert es euch nicht. Dass es ein bisschen dauert. Weil ich gerade. Äh. Ein Video hochlade. Und das dauert noch 5 Minuten bis es fertig ist. So. Jetzt kann ich dieses Schiff hier. Gleich mal. Auf Level 85 bringen. Dann ausbauen. Genau. So. 30. Da nehme ich. Da nehme ich nur. Und zum Schluss. Das. Äh. Das machen wir auch noch. Weil 25 kann ich akzeptieren. So. Also den habe ich jetzt soweit. Also ist das Schiff jetzt auf Level 85. Das ist in Ordnung. Das ist ein Einrufschiff. Also wird definitiv auch dann die Schutzerhöhung gewährt. Und alles. Das einzige Problem. Was ich halt momentan noch habe. Ist. Dass ich ihn nicht. Ich könnte es mir zwar erlauben. Aber ich kann ihn noch nicht auf. Ja. 7 Splitter brauche ich noch. Dann habe ich ihn auch auf dem 7. Stern. Aber mehr kann ich ihm momentan mir nicht erlauben. So. Das waren von den Flotten her. War auch das einzige. Was ich jetzt noch machen wollte. Weil jetzt habe ich sie dann systematisch fast alle auf Level 85. Jetzt wird nur noch dann der imperiale Taijäger. Den muss ich noch. Die Ghost und die Phantom 2 sind fast schon auf dem 7. Stern. Bix. Muss ich die Schutzregeneration noch erhöhen. Unbedingt. Das ist ganz wichtig. Das ist jetzt eigentlich mit das Wichtigste für ihn. Parallel mit dem hier. Aber das klappt sowieso nicht. Aber wie gesagt. Die Schutzregeneration ist bei ihm mit das Wichtigste. Das muss ausgebaut werden. Und das habe ich jetzt getan. Weil dann könnte ich glaube ich langsam die Missionen schaffen. Die ich brauche. So was habe ich hier noch. Nein. Die Soldaten lassen wir. Genau. Dann. Das hier. Tagtäglich. Tagtäglich bisschen so. Farmen. Die Hound 2. Muss auch gefarmt werden. Auch wenn ich ihn nicht mehr brauche. Jango Fett ist ja schon auf dem 7. Stern. Aber die Hound 2. Erst wenn ich sie auf dem 7. Stern habe. Dann wird es aufgehört. Genau. Dann. Vulture Troide. Das gleiche Spiel in grün. Aber da kommt wieder mal nichts dabei raus. Und damit hätten wir die Schiffe erstmal abgeschlossen. Ich schaue mal rein wie es mit den Charaktern ausschaut. Und da schaut es sehr sehr. Also ich habe wirklich verdammt viel gespart. Ich habe auch wirklich nicht viel ausgegeben. Ja. Ich könnte ihn auf Relikte bringen. Ich habe nicht gedacht dass ich das machen werde. Seta kann ich noch nicht vergeben. Da fehlen mir noch 5 Stück. Aber ich kann ihn auf Relikte bringen. Und hier. Er ist mein erster Relikte. Ich wollte ursprünglich einen anderen Kandidaten auf Relikte bringen. Nämlich ihn. Aber. Es fehlt noch an diesen hier. Die farme ich zwar. Ich habe jetzt hier schon 25. Aber es würde nichts. Würde nichts. Ne. Und ich will meinen ersten auf Relikte haben. Und das Schöne dran ist. Das ist auch etwas. Er lohnt sich dennoch. Es lohnt sich. Dass du ihn auf Relikte hochbringst. Vor allem dann auch in der nächsten Grand Arena. Aber du brauchst ihn ja sowieso. Ich brauche ihn auf Relikte 5 für die galaktische Legende. Also machen wir das auch. Höchste Zeit, dass du Zugang zu einem Reliktverstärker erhältst. Hast du eine Ahnung, wie lange ich darauf gewartet habe? Ja, 251 Tage. Diese Geräte verstärken angeborene Merkmale deiner Charaktere und nötigen ihre Effizienz im Kampf. Reliktverstärker verwenden Schrotteile und Signaldaten, um Basisattribute zu verbessern und einen zusätzlichen Wert namens Meisterschaft zu gewähren. Meisterschaft basiert auf der Rolle und dem Primärwert deines Charakters. Du solltest mit dem verlausten Jabba reden, der es sich gerade am Tisch 7 bequem gemacht hat. Ja, ja, genau. Du kannst mich auch. Dieser kleine Bursche bittet dir seine Dienste als Schrottsammler an. Glücklicherweise spreche ich fließend Jabbaisch und kann für dich übersetzen. Also, du siehst aus, als hättest du eine Banterladung Ausrüstungskarten, die du nicht brauchst. Bring sie her, dann mache ich Schrotteile aus ihnen. Schrotteile kann man für alles mögliche brauchen. Sternjäger, Speeder, Droiden, Reliktverstärker, Holo-Tische. Die Liste, die sie sich fortsetzen. Hier, ich zeige dir, wie es geht. Gib mir ein Ausrüstungsteil, das du nicht brauchst. Egal was, vielleicht eine Sensormatrix oder so. So, ja, also da gehen wir als erstes Mal auf das hier. Ob er sagt, ich gehe auf Menge. Da haben wir zum Beispiel 1, dann erhöhen wir das. Genau, ein guter Anfang, aber ich fürchte, wenn wir hier was bewegen wollen, brauchen wir noch mehr Erquick. Dann tippe er auf ein Ausrüstung, halte es und benutze den Menge-Knopf, wenn du mehrere verwenden willst. Okay, jetzt sind wir im Geschäft. Tippe jetzt auf Umwandeln, unterschreibe auf der gestrichenen Linie und schon rollt er los, dieser Sandkriecher. Letzte Chance ist dir alles zu überlegen. Sobald wird den Kremper verschrotten, ist der hier hinüber. Mach dir irgendwelche Extras. Die kriegst du dann beim nächsten Mal. Ja, genau. So, also, wir wollen natürlich Mera. Da können wir natürlich jetzt definitiv bis auf 1000 runter. Und hier das Gleiche in Grün. Ah, da wird jetzt ein bisschen viel. Genau. Und da können wir auf jeden Fall von denen auch welche hergeben. Und das war's dann. Damals können wir jetzt 154. So, das war's. Noch ein paar dieser Dinge und du kannst deine Reliktverstärker anwerfen. Falls du noch mehr brauchst, du weißt ja, wo du mich findest. Ja, ich weiß, wo du bist. Okay. Dann hier können wir die hier nehmen. Da hab ich mehr als genug. Da können wir auch bis zu 1000. Das hier ist Gleiche. Genau. Und dann tun wir gleich umwandeln. So, der nächste Kandidat. Da können wir auf jeden Fall auch schon was machen. Aber es gibt natürlich einen effektiveren Weg. Aber trotzdem, die kann ich auf jeden Fall benutzen. Weil die sind, die habe ich mehr als genug. So, aber wir brauchen folgendes. Es gibt zwei Kandidaten, die sind dafür prädestiniert. Das ist einmal der Javi, der, äh, nicht der Java, sondern der Ugnaut. Da ist er. Den können wir freischalten. So. Dann level. Leveln wir ihn mal. Auf 50. Das langt. Mehr braucht er nicht. Genau. Es geht nämlich um die Ausrüstungsstufe, die ich benötige. So. Eine Stufe noch. Zack. Dann haben wir ihn hier. Genau. Den brauchen wir. Den. Oder den. Das ist der Typ Sekunde. Lass mich nur schnell. Nicht, dass ich jetzt was verwechsel. Da verwechsel ich gerne mal was. Äh. So. Okay. Wir brauchen Wert. Äh. Genau. Das sind beide. 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 Beide kann man dafür hernehmen. Sperren. Sperren. Die müssen alle gesperrt werden. Nicht, dass ich die aus Versehen mal der Meinung bin, dass ich die mal hergeben will. Okay. Die anderen können wir lassen. So. Genau. Eine Tiefne habe ich schon mal gesperrt. Und dann sind nämlich nur diese zwei offen. Also. Jetzt brauchen wir wieder den Ugnaut. Dann tun wir nämlich noch ein paar Dinge herstellen. Den Ugnaut, den finde ich natürlich nur unter Unterstützung. Er hat nämlich sonst, er hat nämlich nur entweder helle Seite oder Unterstützung. Also. Und die Herstellungskosten sind nämlich absolut minimal. So. Dann haben wir zehn. Und hier das gleiche. Da haben wir nämlich mehr als genug. Und von denen auch. Und von denen auch. Dann tun wir mal ein paar mehrere herstellen. So. Dass wir auf 30 kommen. Ah ja. Das würde bei ihm auch funktionieren. Aber das wäre nicht sinnvoll. Das wäre in diesem Fall wirklich nicht sinnvoll. Weil ihn brauchst du natürlich genauso. Und das gleiche Spiel. Da ist momentan auch noch ein zweiter Kandidat. Aber das passt dann schon. So. Wir wollen weiter den Ugnaut nutzen. Irgendwann werde ich ihn mal auf Level 85 hochbringen. Aber das ist auch das Einzige. Sondern eher der Gaudi halber. So. Jetzt haben wir hier mehr als genug. Können wir da. 20. Und hier 5. Da gehen wir auf 5 runter. Zack. Umwandeln. Und 200 Chrom-Transistoren. So. Dann können wir ihm jetzt das Relikte verpassen. Dann nochmal. Mal. So. Jetzt ist es soweit. Dass ich ihn. Diese Stufe ist soweit. Für. Jedi Ritter Luke. Für die Freigabe. Aber. Ich brauche noch 2 weitere Stufen. Damit ich ihn fertig habe. Für. Die Galaktische Legende. So. Das sind jetzt seine Werte. Und ich habe ihn. Leider nur auf 287. Also er braucht definitiv noch ein bisschen Tempo on top oben drauf. Das können wir ihm doch noch verpassen. So. So. Okay. Äh. ja, Mods brauche ich noch, da muss ich ihm deutlich, da muss ich noch Mods ihm auch noch geben, aber so, deswegen ist er noch nicht fertig, aber so lasse ich ihn jetzt erstmal das ist mein erster Relikte ganz, ganz wichtig, so äh, wo ist mein Vader ja, jetzt habe ich natürlich die Materialien natürlich wieder ausgegeben, aber es liegt eher daran weil ich hier, muss ich da wieder, ich muss sowieso farmen und hier muss ich natürlich auch wieder was dazu nehmen aber, dann, einer der nächsten wird dann mein Vader werden den will ich dann auch noch haben, aber ich wollte jetzt heute unbedingt mit euch gemeinsam meinen ersten Relikte machen so letzte Woche habe ich ja gesagt, dass ich meinen Jolie Bindo eine Woche ungefähr noch brauche bis ich ihn soweit habe ja, und die Woche ist jetzt um und er ist jetzt satt, heute werde ich ihn auf dem siebten Stern genau so, jetzt habe ich ihn auf dem siebten Stern damit ist er auch abgeschlossen dann ist er nämlich auch wirklich abgeschlossen äh, jetzt muss ich die nur noch dann langsam anfangen zu gieren jetzt fehlt nur noch Johoni und Salbar diese zwei Kandidaten fehlen noch für Jedi Ritter Revan und Dars Revan und dann kann ich sie endlich endlich farmen endlich also gieren meine ich dann kann ich auch umstellen auf neue Kandidaten da muss ich mir dann auch Gedanken drüber machen wen ich dann als nächstes aber ich habe ja schon gesagt es geht dann mit Volldampf auf die galaktischen Legenden das heißt die Kandidaten die ich dafür brauche äh, werden dann äh, äh ich habe ja gesagt ich nehme ja auch Pelpertin als erstes das heißt die Kandidaten werden dann dementsprechend rausgesucht äh, jetzt fehlt Salbar brauche nicht mehr viel nur noch 16 Splitter das geht relativ fix das werde ich in ein, zwei Tagen erledigt haben und Jedi Ritter Anakin habe ich leider noch nicht freigeschalten äh, ich werde auch noch nicht Relikt Materialien weil ich erst mal äh, mir die Kandidaten farmen will deswegen werde ich Kantine Energie momentan noch eher hier mit ausgeben so also damit haben wir die hier soweit fertig also was fehlt denn jetzt noch wir brauchen 50 von diesen Teilen hier noch genau 50 von diesen Teilen hier ich habe eine Stungan da habe ich jetzt inzwischen 83 und von denen habe ich 200 also da habe ich schon ein bisschen was gesammelt aber es ist immer noch nicht gut genug von den Omegas her bin ich bei 18 also kann ich da auch noch nichts in der Richtung machen so ihn habe ich soweit also können wir ihn vom Favoritenstatus wegmachen den brauchen wir erst mal nicht dann äh ein Kandidat fehlt noch Bosk so jetzt sind wir schon bei 70 ihm fehlt nicht mehr viel jetzt haben wir 20 was fehlt hier jawohl ja theoretisch gesehen könnte ich ihn jetzt auf Ausrüstungsstufe 10 bringen ja ansonsten hat sich da in der Richtung nicht so viel getan aber das sind die wichtigen Sachen was ich jetzt aber noch gerne machen wollen würde einfach so der Gaudi halber ich bringe ihn auf dem auch wenn ich ihn nicht brauche aber ich will die Splitter nutzen deswegen mache ich das ich zeige es euch gleich auch was ich meine deswegen habe ich ihn auf dem siebten Stern gebracht ich will die Splitter nutzen und zwar wenn ich jetzt hier farme hm ja ne nicht ihn stopp das ist hier wenn ich ihn farme bekomme ich automatisch Splitter für den Wächterdroiden und die will ich nutzen diese Splitter weil ich muss das wie so und das ist nur ein Nebeneffekt weil die will ich nutzen für den Splitterstore da haben wir nämlich schon 109 gesammelt und das ist es mir doch wert dass ich da ein bisschen was bekomme all diese Materialien brauche ich natürlich genauso und zwar nicht zu knapp und dass ich dann die dann auch sammle die ich dann für Vader und so weiter brauche steht außer Frage und deswegen werden wir jetzt erstmal folgendermaßen vorgehen also Pelpertin und Spacilashan bleibt wie so ich will Poggle noch auf Gear 12 bringen deswegen bleibt der Genocianischer Spion das gleiche und Borsk muss ich mir überlegen Kasunasi kann ich auf Stufe 10 bringen genau sehr gut da habe ich auch die kann ich das kann ich ihm auch verpassen und das kann ich ihm auch das brauchen wir hier wir brauchen 11 von denen kann ich da was machen nein kann ich nix und Moment mal da haben wir 20 ah da kann man was machen nein kann man nix aber hier kann man was machen jetzt come on 2 Stück brauche ich noch jawohl 3 das sollte jetzt langen genau genau so jetzt brauche ich noch 11 Stück von denen da ne die werde ich dann systematisch bekommen über den Gilton Store und dann habe ich ihn dann auf Stufe 11 also Ausrüstung Stufe 11 und dann ist er fertig dann brauche ich ihn auch nicht mehr dann brauche ich ihn nicht mehr farmen gar nichts mehr dann muss ich ihm nur noch Mods verpassen und dann kann ich ihn endgültig als abgeschlossen also Sunfake ist das gleiche den will ich noch auf Geert äh dann Bastila Shan ha die brauche ich ja die Stun Gun ne brauche sie nicht genau äh das gleiche wie die normale Bastila Shan da brauche sie eine Stun Gun da brauche sie diese da was mit denen kann ich die kaufen jawohl die kann ich sogar so ich könnte sie auf Ausrüstung Stufe 11 bringen machen wir aber erst mal nicht so jetzt haben wir sie auch also die lassen wir noch dann Django Fett wird erst mal nicht benötigt raus damit Großadmiral Thrawn ja der wird benötigt bleibt drin Kylo Ren raus mit ihm für seine galaktische Legende ja aber nicht für die Fives nein den Tiger Pilot ist zwar ein guter Kandidat aber ich brauche ihn erstmal nicht also raus damit Kenner das Auto bleibt drin General Kenobi erst wenn er auf den siebten Stinks Sabine lassen wir auch Han Solo lassen wir auch auch wenn ich ihn nicht brauche Zack die lassen wir so was müssen wir auf jeden Fall mit dazu nehmen ähm ich könnte ihn auf Ausrüstung Stufe 11 ich muss ihn so farmen aber Gier noch nicht jetzt schauen wir mal was wir noch brauchen Count Doku brauchen wir aber es geht ums Farmen es geht mir jetzt nur ums Farmen Colonel Stark habe ich schon den Sys Maradeur habe ich auch schon den brauchen wir so wir kontrollieren aber nochmal habe ich nicht was übersehen habe ich habe ganz vergessen dass ich die Energie vielleicht noch andere mitnehmen sollte aber noch ein bisschen was zum Farmen sehr gut also ich brauche Voraussetzungen also Palpatine Vader die königliche Garde ok die müssen wir auch aber die kriege ich so Peered und Krennic brauchen wir Krennic muss ich dann auch noch farmen den kann ich über normale Energie farmen das ist gut da Sidious habe ich schon da Small habe ich auch schon Count Doku habe ich Maradeur habe ich den imperialen Teilbomber den muss ich noch Jede den Farme Thrawn habe ich sieben Sterne den habe ich sieben Sterne Viers und Viers muss ich sieben Sterne also fehlen jetzt nur noch zwei Krennic Peered und Viers alle anderen habe ich auf sieben Sterne dann muss ich die nur noch gieren dann kann ich auch parallel dazu gleich die nächsten in dieser Richtung gieren das ist doch super also gieren dann kann ich gleich richtig loslegen also wir brauchen Imperium so die königliche Garde zack Krennic genau genau so jetzt haben wir sie alle die ich kieren muss soweit hierher gerichtet die sind jetzt im Favoriten Status genau also heute ist wieder eine ganze Menge passiert wirklich eine ganze ganze Menge so also jetzt können wir auch ein bisschen weiter farmen gehen so jede Ritter Anakin dann können wir mal ein bisschen Energie reinstecken in da kommen jetzt nur zwei für ihn aber das passt doch schon hält das Widerstand des Poe brauche ich ja auch also ist das schon in Ordnung ja ich muss so jetzt gehen wir mal raus tun wir aber schnell meine Herausforderungen machen wir kriegen jetzt ein oder Omega mit dazu hier haben wir jetzt wieder 128 genau jetzt wieder ein Omega mit dazu so jetzt warten wir noch die paar Sekunden ab ok dann nein die Lieferung brauche ich noch nicht obwohl was haben wir hier 110 250 wenn ja nur die Omegas alles anlassen wir hier können wir den haben wir dann sind wir bei Poe den ich jetzt farme hier an dieser Stelle das hier und hier machen wir den IG 86 und hier die Flotte Schiffe Schiffe da ah die Slave 1 kann ich inzwischen freischalten habe ich ganz vergessen Poe werde ich hier nicht farmen den nehme ich weil das ist mir nicht wert und hier werde ich dann auch nur sowas wie wenn ich sowas wie die Slave 1 oder jetzt Phantom 2 oder die Ghost werde ich dann nehmen und da alles sowas wie die anderen Schiffe da mit dazu nehmen hier habe ich das hier da nehme ich die Teile jetzt in diesem Fall nicht weil ich die anderen haben möchte es gibt ja mehrere von diesen Teilen und da habe ich ja schon gekauft so dann Galaktischer Krieg Geldeinnahmequelle dann die Schiffe okay so also finanziell kann ich jetzt momentan mir nicht viel erlauben ich bräuchert Johani ist eine der nächsten Kandidaten nein funktioniert nicht aber ich habe nicht genug Geld dass ich sie auf Level 85 hochbringe da habe ich da hatte ich jetzt hätte ich zum Beispiel vorhin den Sergeant nicht gemacht dann wäre es mit Sicherheit einfacher geworden aber so klappt das jetzt nicht ist aber auch nicht so dramatisch muss man ehrlicherweise sagen es ist nicht so dramatisch genau äh Favoritenstatus ihm er soll die Relikte der zweite sein den ich auf Relikte bringe genau und die lassen wir dann erstmal so stehen HK47 und Johani sind die nächsten zwei die ich dann auf äh die ich dann höher bringe von der Stufe also dass ich sie auf Level 85 bringe weil Bastilla Schaden gefallen ich muss muss es jetzt leider auch sagen ich will sie erst auf Level äh ne auf Auslösungstufe 11 wenn ich sogar wenn ich sogar auf 12 bringen deswegen spare ich da noch und deswegen die Stun Gun bekommt nämlich sie und das gleiche machen wir auch hier das heißt ich brauche jetzt von denen noch 50 die gibt es aber nur in Stores das heißt da muss man ein bisschen das wird ein bisschen dauern und das gleiche Spiel ist mit diesen Teilen hier die könnte ich zwar farmen aber momentan habe ich das habe ich die Energie nicht aber das sind sie ist halt diejenige die halt in der Richtung als erstes äh die Sachen bekommt so das können wir ihm auch verpassen und das können wir ihm auch verpassen genau passt richtig weil die brauchen nur die was da unten ist und somit ist das in Ordnung deswegen kann ich es ihm ruhig auch auf Auslösungstufe 11 geben das ist dann in Ordnung gut das nächste Seta das nächste Seta ist jetzt eine interessante Frage die habe ich mir selber gestellt also ich denke mir Piert will ich natürlich das Seta verpassen brauche er sowieso Bosk Bastila Schan die normale natürlich auch klar Han Solo Haka 47 braucht sie sowieso beide Jolie Bindo aber die wie gesagt in der Einfallgewiese Farme ist er definitiv noch nicht dran auch wenn ich Salbar wahrscheinlich eher auf dem siebten Stern habe trotzdem habe ich die Kandidaten noch nicht so weit dass ich sehe dass ich jede Rehbahn weil ich habe die Kohle nicht dazu ich bräuchert theoretisch gesehen warte mal 6 12 18 24 Millionen gute 24 Millionen Materialien Kohle und ungefähr 200 220 bis 300 von den violetten teilen und dann könnte ich sie dann könnte ich sie könnte ich sie farmen hier kann ich noch eine Auslösungsstufe mit dazu geben die noch nicht auch noch das kann ich bei ihm machen das stört nicht genau ja das ist das Ganze es fehlt natürlich noch allen an allen Ecken und Enden aber wenn man natürlich seinen Fokus komplett anders setzt dann ist es natürlich auch manchmal teilweise recht schwierig so zum Abschluss zum Abschluss diese drei habe ich ja natürlich dann geschafft und ich mache das natürlich genauso wie es auch beim letzten Mal aber ich will es halt einfach starten weil ich sehr einfach brauche zack den tun wir raus wir nehmen den rein und lassen das laufen so einfach ist das weil ich das definitiv auch dann ohne Probleme schaffe also liebe Leute ich werde jetzt auch an dieser Stelle das Ganze beenden das war jetzt seit einer Woche wieder mal viel los wir haben heute mal den ersten auf Delikte gebracht wir haben alle soweit vorbereitet die ich für die galaktische legende brauche zum farmen was natürlich jetzt dann auch nachdem mein letzter die reber und das reber kandidat auf der stufe ist wenn natürlich die kandidaten alle auf dem sieben sterne ihr habt gesehen welche ich noch brauche was noch auf was alles auf sieben sterne ist also so viele sind es nämlich nicht mehr die ich weg und natürlich habe ich jetzt meinen ersten relikte nicht ist es nicht der kandidat der benötigt wird für die galaktische legende die ich farme nicht desto trotz äh nicht desto trotz ist das schon in Ordnung muss ich jetzt ehrlicherweise sagen es ist in Ordnung weil ich ihn ja so oder so brauche ob ich ihn jetzt nehme oder erst in ein zwei Monaten oder in drei Monaten spielt überhaupt keine Rolle ich brauche ihn so oder so somit ist das schon in Ordnung demnächst kann ich dann auch mein nächstes seta vergeben das wird in dieser woche dann auch geben ich werde noch überlegen wen ich das mache demnächst kann ich dann auch die Schiffe endlich farmen die ich brauche sprich die dass ich die Schiffe auf dem fünften Stern habe das heißt das Schiff vom Mace Windu und die Home One das heißt die kann ich dann in Zukunft dann auch dann endlich mal für den siebten Stern farmen das kann ich dann auf jeden Fall dann noch machen und wir haben heute auch noch mal einen Blick drüber geworfen was was alles mit dem Event Kalender ist ja das heißt wieder rund um eine große Sache rund und wieder sehr sehr viel vier split vier für die stun gun das heißt ich kann dem ich auch jetzt brauche ich noch 13 für die nächste stun gun also da läuft es auch mir ist egal ob ich Kandidaten bei dieser Schlacht verliere das ist mir vollkommen egal und deswegen passt das schon also liebe Leute ich habe gehofft dass ich das ganze wesentlich früher abschließen kann also mein Fazit von dem heutigen Tag aber es ist halt doch etwas unfangreicher geworden weil es ja doch eine ganze Menge passiert ist und ich spare natürlich auch mit euch gemeinsam ich mache das nicht alles immer gleich an dem Tag fertig sondern ich spare mit euch damit wir das gemeinsam machen also liebe Leute wenn es euch gefallen hat Daumen Abo Glock aktivieren wir sehen uns dann im nächsten Video werden sehen was wir da in der Richtung noch machen aber das werdet ihr dann auch mit gekommen in der Party mit geplant die ich vollziehen möchte also macht es gut zu servus möge die macht mit wir sehen uns dann definitiv im nächsten Video Video jetzt muss ich kurz mal eingreifen jetzt habe ich meinte ich tue das ganze beenden aber dann ist was passiert was absolut genial ist was richtig gut ist weil ich habe drei teile von diesen hier bekommen und das heißt okay ich kann ihn nicht auf stufe moment genau da brauchen wir auch noch mal achte ja jetzt muss ich noch mal egal das ist es mir jetzt das ist mir jetzt wurscht wenn ich jetzt schon dabei bin jetzt habe ich kristalle ausgegeben jetzt ist mir egal so tun wir jetzt gleich auf einmal machen nicht erst sparen jetzt ist es mir egal sehr gut das können wir verpassen das können auch verpassen das auch und das auch das kriegt da erst mal nicht er braucht zwei ist dann ganz und das heißt kars und nasi ist zu ende gefahren zu gänne gegiert das heißt nur noch mords verpassen und das war's dann und da habe ich meinen ersten kandidaten der wirklich fertig ist für aus der führung dass das wollte ich euch jetzt zu zeigen also ich bin jetzt raus macht es gut ja sehr was Bis zum nächsten Mal.